Oh Gott, geht das wie lang? Das ist eine blöde Frage, aber wie lang muss ich das jetzt hier machen? Ah! Oh, mein Ass hurts. Fuck, this is really boring. Oh, poor baby. That's the job. Don't think, just work. Okay, just don't ask me to smile for the camera all day long. I don't know. We get paid to give haircuts to marijuana. It's kind of cool. Yeah. I'd rather do this all day than be in a stupid classroom. Du musst noch viel lernen. Äh, oh Gott. Ich kann mich gar nicht auf die Gespräche konzentrieren. Das ist ein bisschen blöd. Ey, jetzt voll ohne Scheiß. Das ist ein bisschen blöd. Damn, Sean. We really need to do something about your hair. What? What's wrong with my hair? Are you kidding me? It's hiding your pretty face. I can't allow that. Come on. It's not that bad. Just... Just a mess. Yes. But worry not. We've got everything to take care of it at the camp. Yeah, yeah. We'll see. Ich kann leider den Gespräch nicht so richtig verfolgen. Ey. But for real, though, if you could snap your fingers and go anywhere. Cassidy, we get it. Over and over. You don't want to be here. Give me a break. I can't... So what? So I'm allowed to dream a little? You won't get hurt. Promise. What about... Louisiana? Gibt es da eine gewisse Anzahl, die ich machen muss? Ich hoffe... Okay, man. Oh, Gott. Hey, how about visiting Uranus? That's very clever, Big Joe. Bitch, bitch, bitch. Nobody's making you babies work here. No problem. You guys are all the same. Cool, let's be Trimmigrants. Then you barely work for a month. This is my life. Come here for a sec. Shit. It's always something. Damn. Can you folks put a lid on it? We got shit to do here. Whoa, whoa. Down. Easy for you, see, Calvo. Some of us have to work. Please. I bust my ass like everybody else. Äh, Rucksack öffnen. Neues Souvenir erhalten. Ja, ich habe irgendwie das mit dem Hund verpasst. Da muss ich dann gleich nochmal gucken. So, jetzt haben wir mal gerade kein... Achso, nee, Souvenir. Äh, so rum. Was kann ich damit... Achso, das ist... Oh, hier rennen wir noch das Messer. Äh, geht das jetzt die ganze Zeit... Ich kann den Gespräch nicht folgen. Äh. Äh. Ach, ja, ja, mecker nur rum. Man. Oh. Ich habe keinen Bock mehr, Gras zu schneiden. So. Ach, dann mach das jetzt ganz einfach. Das ist mir jetzt hier ein bisschen zu blöd. Ich werde das jetzt rausschneiden, weil... Ich weiß nicht, um was es geht. Entspannt euch. So. Also, wie gesagt, ich schneide jetzt schnell raus. Und du dann wieder rein, wenn es weitergeht. Okay? Okay. I don't want to fight. It's been a long, crappy week. Just keep it fucking down in here. Okay? Okay. Okay. jetzt ging es dann doch schneller hätte ich ja laufen lassen können naja es war nicht so die haben sich dann noch kurz unterhalten gestritten und naja ich dachte es passiert aber noch was dass ich jetzt noch mal einnehmen naja es hat nur ein paar nur eine minute gefehlt so weiter geht's cheer up my little sean trust me is not as bad as you think other farms in the areas just straight down exploit your ass you gotta be careful of those scissors they're sharp as fuck yeah no shit die hose sieht aus so ist das messer vom finn das wäre wahrscheinlich actually kind of fun Kaz and Hannah cracked me up they're like sisters yeah they love to start shit with each other then get high short-term memory loss if I didn't talk Meryl was sour Kessner Meryl was sour yeah too bad Meryl was in a pretty shitty mood from start he ruined the day I got that from his speech yeah he's uh having a hard time with his own bosses this isn't Silicon Valley you should know better then that's why you're such a good fit for the family you totally hooked us up and job cash friends safety so schau ich glaub ich irgendwie nicht everybody's cool with you two Daniel is your secret weapon I don't know he's way too young for this bullshit you gotta be zen about this the more you try and control him the less you have it's deep huh swear he acts just like me that's how I know he's smart and he's also got a kick-ass hermano yeah my brothers are like that was is deine Geschichte what's your story was interessiert mich jetzt wirklich I mean you don't have to tell me but yeah I was pretty lucky my parents were okay I had three big brothers who spoiled me you were the baby boy like Daniel but my family was kinda hmm messed up my dad was like a front for hot cars yeah he'd steal strip and sell them my brothers and I helped him you know typical shit till we got busted fucking feds wanted me and my brothers to testify but my dad but my dad nark done us instead damn thin oh okay sucks the eigene father i went to jail when i got out i was like fuck everybody so i hit the road jack and anyways i found a cooler family out here you know i love traveling checking out new things well going to mexico is the ultimate road trip yeah if we make it there dude who knows it's pretty scary so fucking far hey it is but you have time and a strong damn it will nothing to stop you from going there it will it will be alright sean don't worry okay no therapy is over oh yeah i gotta move those water tanks for the shower and stuff it's cool you're doing your part finally glad i can help woorden der wasser kannst du stuhl zu zelt ich kann grad gucken so daniels sachen gen 420 gib mir hot dogs Cassidy die wilde versus henna die weiße okay sitzen und zeichnen ja ich mach noch ein bild aber ich frage mich jetzt ob wir hier Cassidy zeichnen vielleicht bringt uns das ja punkte bei ihr ein okay got it achso vielleicht bringt uns das ja punkte ein mal gucken dann zeichnen wir mal ich 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 muss die ganze zeit an den trailer denken wenn die an dem an dem an dem an dem see sind und da daniel sagt ja ich bin kein kind mehr kommt die polizei und nimmt uns alle hops hm pretty good but i can add more details if i want i've looked enough time to draw now das ist jetzt noch so bitter wo ich echt am überlegen bin hm 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 ah fan you are so focused when you draw that's cute yeah um thanks haha haha ja haha haha ja 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 Hm. Okay. Du mal bitte Süßholzraspeln hier. Ja, im Moment. Aber später. Du musst immer mit F***ern wie Meryl sein. Mest der Jahr, nur uns. Der Weg und uns. Von Miss Nix? Beside ein paar Freunde? Nothin. Na, mein eigenes Bücher. Hier, du sagst, dass du nicht all diese F*** sie verkaufen. Oh. 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 F*** sie alle. Das ist meine Familie jetzt. Verdammt. Ich bin sorry, Cassidy. Ah, nicht mehr. Ich fühle mich für sie. Also, sag mir. Was möchtest du über deine alte Leben? Besorgenlos sind Dinge, die... Familie und Freunde... Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Choose-täckige Geige. Ich habe mich schon vor. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich hätte das Gespräch auch bekommen, wenn wir den Finn gezeichnet hätten. Naja, ich muss jetzt sowieso zwar noch die Wassertanks machen, kann ich jetzt mit ihr quatschen? Hallo! Kann ich noch mal mit ihr reden? Bien, und du? Hast du mich für die Vos? Uh, ¿lo comprendo? Don't laugh. Still learning, Professor. At least you're trying. Hey, am I bugging you? Never. But let me finish this new song before I forget it. Don't let me get in the way. Talk later. Damn, Sean. Can you try and be less shy sometimes? Wo war denn jetzt das blöde Wasser? Will mich nicht inszenieren. Ach, wo war denn jetzt das blöde Wasser? Irgendwie. Oder, ne? Ich musste auch Wasser auffüllen. Wasservorrat für die Küche und die Dusche auffüllen. Ja. Passiert jetzt was? Ach Gott. Okay. Ja, komm schon, Sean. Let's get these... And over to the kitchen and shower. Ich laufe mal lieber nicht so schnell, dass der Spaß runterfliegt. Äh, Küche ist da... Lauf. Wo war denn die Dusche? Die war irgendwo dahinter, ne? Ja. Damn. Trimming ist hart. How do these guys keep coming back? They go together sometimes. Almost done. No home. Get high. What the fuck else are you gonna do on the street? Till you get up? We see so many... I actually never helped him with the dishes back in Seattle. Florian is very green. But everything's different now. Ich muss jetzt wieder irgendwas drücken. Das ist dazu gehört. Vielleicht kann die Stadt die Beziehung wieder bisschen aufbauen. You need a hand with your own chores? That'd be awesome. I need help moving the last walk. Those guys sure know how to live outdoors. They've taught me so much already. I need help moving the last water tank. This shit is so heavy. Okay. I'll wait for you near the water tank. So we can finish your chore. Ich weiß nicht, ob's so gut ist, Daniel. Da irgendwie mit... Nein, hätte ich nicht noch... Na komm. Na los, schauen. Hoch mit dem Ding. Wusste ich nicht... Nee, ich musste, glaube ich, keine Taste immer zusätzlich drücken. Naja. So, ab zur Dusche. Und dann... Warte, die Worte. Wir haben nur diesen... Achso, die unterhalten sich da so... Wasserkanis, der... Ablegen. Hauen wir jetzt alles, oder? Mit Danny am See trainieren. Okay. Der See war... Hier. Achso, der ist nicht an. Oh, der ist nicht an. Easy money, they said. Yeah, right. Now you're here sponging off us trash. On an illegal pot farm. With a tourist visa. Lecturing us. Funny, right? Hannah, I'm sorry. We were not trying to lecture you. We are grateful, we found that job. And that we love to stay and come to you guys. I know. We're cool. Do you hate us now? You're funny. Und dann gehe ich zu den... Ich hoffe, das hat keine Auswirkung jetzt, dass ich kurz hier noch eine Kartoffel schäle. These three gutterpunks. The rest? None of my business. Not used to peeling potatoes, huh? A lot of work. I... Know how to cook. Just... Not everything. Yet. Yeah, but you hate it. You want a pizza? Watch TV. I can tell. Like those kids who come through here all psyched. And they have to bust ass. And they're gone. Come on. Noch viel lernen. Yeah. Okay. 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 Okay, du hast den anderen getroffen, was hat dich hier hergebracht? Okay. Ah, super. Mhm. 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 Okay. 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 You felt it is slim. Äh, okay. Kriegen wir jetzt noch was? Nö, ne? Nö. Einfach Gespräch. Okay. Ähm. Jacob, ich, ich gehe jetzt mal zur Hütte, ich laufe jetzt mal nicht weiter rum, wir auch irgendwann doch mal noch vorankommen. Das kann ich dann machen, wenn ich den zweiten Durchlauf für mich privat dann nochmal spiele. Sooo, Dalle. Irgendwie zieht Sean ein bisschen zu sehr nach rechts. Okay. Time to help Daniel do some powertrain. He's waiting at the lake. Gibt es hier noch was zu finden? Ähm, warte mal, wie ging denn das zum See nochmal? Da bin ich doch vorhin ausversehen da. Ich sage, ich wollte doch ausversehen doch da lang. Mhm. Wollen wir jetzt irgendwas noch dazu bekommen? Ich finde es krass, dass wir so viel Geld haben. Aber wie ist das Gefühl, dass uns das geklaut wird oder so? In einer Woche oder zwei haben wir genug, um unseren Weg durch die Grenze zu kaufen.